Ein Wunderschön, wie versprochen in der letzten Folge, hier erneut die Mission, weil es so viel Spaß gemacht hat, zusammen mit dem Schickenbein. Halloa! Wir müssen dieses Auto mit unseren netten Raketen davon verteidigen. Ähm, du hinkst nicht vorn, oder? Nee, ich hinkt nicht. Wir müssen auffassen, dass wir nicht kaputt gemacht werden. Ich hab gerade Wasser mit Kohlensäure getrunken und es ist echt, ich muss mich echt zusammenreißen. Lass ihn raus, den Flieger, los. Lass ihn raus, den Flieger. Zeig ihm das nicht ganz. Weißt du, was wir mal machen müssen? Weiß nicht. Wir müssen mal ne Folge machen, wo wir nur der Bedingers vortragen. Ja, okay. Aber dafür kriegen wir kein Geld, oder? Nö. Oder wir singen alte Titelmelodien von Serien. So wie... Ja, das ist ne gute Idee. Sollten wir machen. Boah, ey. Ich bin schon wieder tot. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt doch... Achso, das ist doch... Das ist doch gescheatet hier. Das kann doch gar nicht wahr sein. Wir müssen uns jetzt viel besser anstrengen. Mehr quatschen, weniger reden, oder so. Ich musste mal boosten gerade. Entschuldigung. Was hast du gesagt? Mehr quatschen, weniger reden? Genau. Wo ist denn eigentlich die Anzeige, wie kaputt wir sind? Ich seh die hier nicht. Ja, deswegen. Vielleicht müssen wir beide vorne schießen. Ja, damit wir die Straßensparung schneiden. Aber wir brennen ja schon wieder fast. Jetzt wieder vorne. Armageddon. Aber sowas von Armageddon. Boah, ich schieße daneben. Ich glaube, wir haben... Oh, das Auto ist der kaputt. Boah, nee. Das überleben wir doch niemals. Klar. Was? Boah. Wo? Äh, was passiert hier? Ziniak! Boah, der Typ, ne? Machen wir jetzt so einen Matrix-like-Endkampf mit ihm? Äh, keine Ahnung. Warum? Was passiert jetzt hier? Wake up, Neo. Ach du Scheiße. Verraten? Ernsthaft, jetzt ist es genau die Story von Matrix. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verraten? Sozial... Ah, nee. Demokraten. Was ist denn hier los? Wir müssen doch wieder in die Simulation, oder was? Oh nein, Kinsey. Wo müssen wir denn jetzt hin? Sie kommen! Sie kommen! Scheiße. Aber nur durch diese eine Tür, oder? Sozialdemokraten. Wartung. Genau. Alles klar. Oh, oh. Die wissen nicht, dass wir auch in Natur so brachial und hochleistungsstark sind. Eben. Zinjaks. Guck mal, hier gibt es sogar auch Geld von denen. Ist das vielleicht auch nur eine Simulation? Wer weiß das? Äh. Wo sind sie denn? Oh, ein Terminator. Ähm. Der lebt noch. So. Toll. Schieß auf die Füße. Trinkl, 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 Leder. Und wo ist noch jemand? I wonder what you are. Wo? Wo? Äh, da. Oh, shit. Jetzt aber. Oh, shit. Oh, shit. Why are we moving? Let's get to the bridge. Schnell zur Brücke. Ach, ich komm nicht hoch. Was ist auf der Brücke? Ach, du Scheiße. Ach, du Hölle. Shit. Äh. Okay. Und wie ist unsere Situation? Aussichtslos? Das ist bestimmt ein Alien, was da ist. Meinst du? Ich denke schon. Ey. Ich denke, das ist ein dickes, fettes Alien. Wir wissen es kennen. Ah, hier sind Gegner. Was, rette Shondi? Wo ist Shondi? So bad I do it, you make me angry. Ich hab sie. Och, deine Stimme ist so schrecklich. Echt, ey. Hör doch auf. Aua. Ich kriege hier keine Energiepads. Ich bin nämlich leicht angeschlagen, ja? Da gibt's keine, oder? Ne. Wo ist die Signatur? Äh. Was? Sid ist der Verräter. Meinst du? Oh, oh. Ja, ich bin schärfer. Äh. Hier noch ne Bombe. Begib die zur Luftschleuse? Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Checkpoint erreicht. Oh, oh. Checkpoint Charlie. Oh. Voll reingerannt. Aua! Hilfe! Achtung! Danke. Haben uns gegenseitig was zugeworfen. Ähm, ich glaube hier. Was haben wir hier? Eine Waffe. Boah, ist die geil. Boah, wie cool. Ja, voll. Aber sowas von. Wurde eine komische... Wurde eine Schiff. Wurde eine Schiff größer als das, was wir vorher gesehen haben. Oh, ich muss abkühlen. Terminator. Ja, das Stift ist riesig. Legere die Bomben. Weißt du auch, wo sich Center versteckt hat? Wo denn? Hier oder was? War er hier? Ich finde etwas Wichtiges. Lege Bomben. Wo denn? Ach da. Oh! Yeah! Ich komme auch hoch. Ach, das ist deren Schiff, ne? Von den Sings. Macht Sinn. Ach, du Scheiße. Raus. 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 Hier runter. Ja. Raus. Und jetzt hier. Das erinnert mich ein bisschen an Dead Space. Wo wir da hin kommen mussten. Das ist nämlich der, 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 der Schnitztunnel-Dingsbum. Boah. Ach, du Scheiße. Fick dich. Äh, hab ich nie gesagt. Das war der Zinn. Äh, 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 boah. Und jetzt, und jetzt? Ähm. Haben wir es geschafft? Na, jetzt geht's gerade wieder. Fein Kinsi. Ja, wir müssen den Kinsi finden. Ich kann gerade besparen. Ah, okay. Boah, boah. Hammer. Boah. 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 Ja, ähm... Ein schöner Plot-Twist hier gerade. Keith Davis. Ja, es gibt eine Person, die nicht dabei ist, ne? Das ist der, der immer vorne im Navigationsraum war. Das stimmt. Der mit uns nicht in die Kiste wollte. Tja, hier guck mal. Hier vorne saß der nie. Hei, 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 hei. Der ist weg. Ja. Jetzt nur noch die Puppe. Genau, die Puppe. Ja, es ist die Puppe. So, ähm, ich hab hier irgendwas mit Upgrades gelesen. Ach so, echt? Ja, das ist ja Upgrades kam. Ich muss mal... Ach, Bargeld können wir auch abholen. Nochmal 11.000 ist super. Ich bin mir nicht doch 10.000. Kräftekraftschild, neue Upgrades. Ich kann mir aber nichts leisten, weil ich nur 10 verfügbare Punkte habe. Oh, ich hab noch ein paar. Sprengwaffenmunition gekauft, aber naja. So, ich bin erstmal... Ja, da bin ja clean. Soll ich meine Mission wählen? Ja, mach mal. Ich würde mal sagen, pass mal auf, wir machen mal... Oh Gott, hier sind ja noch so viele. So viele, ne? Ähm, 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 ähm... Kein Moment. Ähm, ähm... Ähm, ähm... Baloo. Ja, ich weiß gar nicht hier. Baloo. Oh, eh, oh, Baloo. Da, 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 da. Baloo und seine Crew. Oh, wei. Ja, die Nebenaufgaben sind bloß hier, verbessere dein Auto und lass uns ohne fahren. Ich mach jetzt die primäre Aufgabe, fang ich mal hier an. Wobei, nee, fangen wir nicht an. Nee, wir machen eben eine Nebenmissione, klar. Ja, weil, pass auf, wir machen hier, beseitige die Zinntruppen, komm, der Schwur. So. Oh, ja. Wir müssen noch mal rein in die Matrize. In die Matrize. Ja. Matri, Matra, Matrize. Matrix. Wo ist er denn hin? Da oben müssen wir hin. Wir müssen in den linken. Links oben. Oh, ich seh's. Ja. Aber ich guck erstmal noch in das Gateway schnell mal rein. Ob es vielleicht, äh, durch die ganzen Sachen noch eine Waffe zum Upgraden gibt, weißt du? Waffenlager. Übrigens, ich brauch eine Waffe. Ja, ja, deswegen. Ich brauch Position eigentlich. Deswegen mach ich das ja hier gerade. Ich werd erstmal in den Waffenladen gehen. Das muss ich jetzt einfach tun. So. Was haben wir denn hier für ein Quatsch? So, ich bin im Waffenladen angekommen. Das ist super, super. Super, ne? Den nehmen wir und die nehmen wir zwar. Also können wir dafür, kann für die anderen Sachen keine Munizierung kaufen? Oh nee, wo bist du? Da, was voll ist. ich komme nicht mal besuchen ja das ist aber nett von dir ich bin da ich glaube ich habe alles was ich wollte ja hast du alles ja du bist du doch da oben so batman like ja ich bin der fliegerad rudolf auf zum ziel richtig auf zum ziel wir haben was zu tun es ist kaputt gegangen jetzt explodiert das wurde noch zu fuß ich habe eine datensammlung ja das funktioniert ganz gut das ist das war doch ganz einfach die mission da gibt es besuch wo denn hecke friendly feier okay ich würde ich gerne dann hält du mal dann dass ich dir diesmal den vortritt das recht sehr sehr freundlich ja ja so bin ich manchmal nicht dass man mir nach sagt dass ich die ganze zeit das hat wo an mich reißen will oder so doch das sagt man dir schon längst deswegen ich habe das in deinen kommentaren gesehen recht nein so dann hacken wir das komische ding mal keine ahnung wie das geht aber wir haben es ja noch nie gemacht weil der firefox immer alles an sich reißt die typen ab kommt irgendwie das da und das da das können wir gar nicht setzen ich weiß gar nicht wie das geht da haben wir einen fehler gemacht so also wir müssen eigentlich theoretisch müssen wir hier runter und wir haben wir keine zeit mehr zum hacken hier das hier müssen wir einsetzen dann müssen wir ja eigentlich gehen nach unten einsetzen genau genau so wird das aber irgendwie geht es nicht weil wir haben gar keine nach unten teil also geht das auch nicht und ich verstehe das ganze überhaupt nicht ich weiß nicht wie das geht weil über das können wir ja glaube ich nicht oder können wir nicht heiltasten verschieden also wir können wir müssen hier runter theoretisch und dann gehen wir da lang und dann gehen wir hier dann müssen wir hier hin und ich bin gleich tot ja ich weiß ich bin hier schon immer versucht ich schon immer abzuhalten also ich bin tot übrigens ich müsste einmal wieder beliebt werden ich komme ich komme nein ich wollte nicht hacken ich will nicht hacken 15 14 13 12 11 10 ich bin auch tot ja ich denke auch ja weil tot und so ne wir machen das in der nächsten folge machen wir weiter ich denke auch ja denke ich mal rüber hier ist ein krankenwagen weil wir uns erstmal hier noch ein bisschen hoch hier hinten irgendwie wird schon gehen okay viel dank fürs zusehen und wir sehen uns in einer weiteren folge dann gute nacht und tschüss fertig wieder weg tschüss